Um unsere Seele entfalten und unsere Talente entwickeln zu können, müssen wir über viele materielle Dinge verfügen. Es gibt ganz bestimmte Gesetze, die den Aufbau von Reichtum bestimmen. Hitler? Und wenn sie diese Gesetze erlangen und verfolgen, dann gehören sie wie du selbst zu... Who is that? What's he saying? That's not awful. It's just bullshit. Look at me, Clem. Are you in some kind of cult? No, what? I'm not. It's not a fun. Das ist Steve Ringer, CEO von Houston Petrol. Wir möchten, dass Sie Kontakt herstellen und Ihnen von unserem Interesse informieren. Kennen Sie sich aus in Houston? Das ist nicht dein Ernst. Let me guess. German. That's right. German Engineering. Great. Wie gefällt Ihnen Ihre kleine Reisetrunschke? You like tits! Wir brauchen jetzt schnell Ergebnisse. You are a weird dude, man. So, what's your business? Cars. Sie machen das schon, hm? Das Ziel allen Lebens ist die Weiterentwicklung. Und jedes Lebewesen hat ein unveräußerliches Recht auf alle Weiterentwicklung, zu der es fähig ist. You need some help, sir? That is Houston, baby. You need some help, sir. That's beautiful. Von nun an lassen Sie das Gewünschte in Ihrer Vorstellung bereits zur Realität werden. Fuck you, Clip! Fuck you!